Willkommen bei Campfire, der Kanal für Fotografie, Video und Camping. Heute sind wir unterwegs in der Karlstalschlucht bei Trippstadt, 15 Minuten entfernt von Kreislautern. Das Karlsthal ist für mich der schönste Wanderkilometer im Felserwald. Ein sehr beliebtes Fotomotiv ist der hölzerne Paffignon, den ich heute fotografieren möchte. Dann machen wir uns einmal auf den Weg. Aufgrund seiner Felsformationen und seltenen Flora ist das Karlsthal heute ein Naturschutzgebiet. So, angekommen am Fotospot. Hier im Hintergrund seht ihr den Paffillon. Die Idee von dem Bild, wie es aussehen soll, die habe ich schon im Kopf und versuche es nun umzusetzen. Heute ist etwas bewölkt, das gibt meistens gute Bilder. Ich verwende einen Polfilter, damit kann ich Spiegelungen im Wasser entfernen. Auch dabei habe ich einen Verlaufsfilter, um den Himmel etwas abzuschwächen. Falls ich mit der Belichtung nicht auf meine gewünschte Zeit komme, etwa eine Sekunde, habe ich noch einen Graufilter mit dabei. Länger wie eine Sekunde möchte ich hier nicht belichten, dann wird das Wasser zu weich. Passt für mich nicht mehr zum Motiv. So, die Bilder sind soweit gemacht. War alles dabei, eine Wandergruppe mit 40 Personen, freilaufende Hunde, aber hat alles funktioniert. Ich habe noch ein paar verschiedene Perspektiven aufgenommen. Wir sehen uns dann bei der Bearbeitung am PC. Beginnen wir mit der Bearbeitung in Lightroom. Diese Aufnahme habe ich ausgewählt und so soll es dann einmal aussehen. Eine Panoramaaufnahme im Format 5400 x 1350 Pixel. Das ist ein Post bei Instagram, könnt ihr euch gerne einmal ansehen. Mit dem Werkzeug Freistellen, Shortcut R, wähle ich den Bildausschnitt. Das Seitenverhältnis stelle ich auf das gewünschte Format 5400 x 1350 Pixel. Jetzt passe ich den Ausschnitt nach meinen Vorstellungen an und richte das Bild etwas aus, sodass der Pavillon gerade ist. Den rechten Baum nehme ich als Bildrand und links führe die Treppe den Betrachter ins Bild. In den Grundeinstellungen bearbeiten wir die Helligkeit im Bild. Fährt man über die Regler, erscheint im Histogramm der Bereich Grau, der verändert wird. Macht man dies im Histogramm, wird der Regler markiert, der diesen Bereich beeinflusst. Ich kann auch im Histogramm klicken und nach rechts und links ziehen, um die Bereiche zu verändern. Da ich für die weitere Bearbeitung ein gleichmäßig belichtetes Bild brauche, ziehe ich das alles etwas nach rechts und helle die Tiefen etwas auf. Die Anpassungen der Präsenz sind nur minimal, bei Bedarf kann ich diese später noch einmal nachregeln. Mit der Gradationskurve nehme ich dem Bild etwas an Kontrast. Ich ziehe dafür die Tiefen etwas nach oben und begrenze damit die Tonwerte. Die Kurve passe ich noch etwas an, etwa so. Die Schatten bleiben dabei erhalten, so ist es okay. Machen wir weiter und geben der Aufnahme etwas Farbe. Im Reiter HSL, also auf Deutsch Farbton, Sättigung und Luminanz, werden wir das Laub und das grüne Moos etwas hervorheben. Dazu zoome ich etwas in das Bild und suche mir etwas Laub, um es besser beurteilen zu können. Ich beginne mit der Sättigung. Drücke ich hier auf diesen kleinen Kreis, bekomme ich ein Werkzeug, das mir im Bild die Farbe aufnimmt und mit gedrückter Maustaste kann ich nach oben oder unten fahren und die Sättigung erhöhen. Wie man sieht, bewegt sich der Orange und der Gelbregler unterschiedlich. Nun leuchtet das Laub schon sehr schön, das lasse ich erst mal so. Den Farbton passe ich auch noch an, dazu nehme ich wieder das kleine Auswahlwerkzeug. Etwa so. Zum Schluss die Luminanz. Wo ich da meist etwas in den negativen Bereich gehe, das sättigt die Farben noch etwas. Für die bemoosten Flächen gehe ich genauso vor. Sättigung anpassen, Farbton und Luminanz. Fertig. Color Grading. Damit kann man gut einen Bildlook erstellen. Ich persönlich gebe den Schatten gerne etwas Blau und den Lichter in einen Orange-Gelb-Ton. Ungefähr so, dann passe ich die Stärke mit diesen Reglern noch an und beende die Einstellung mit Überblenden und Abgleich, sodass es mir gefällt. Nun geht es an die Details im Bild. In der 100%-Ansicht lässt sich das am besten beurteilen. Mit gedrückter Alt-Option-Taste wird das Bild schwarz-weiß und ich ziele den Reglerbetrag etwas nach rechts. Nicht so viel, sodass es gerade anfängt scharf zu werden. Mit dem Reglerradius steuert man die Breite der Kante. Schärfe ist ja nur eine Kontrasterhöhung und Kanten werden betont. Auch hier wieder mit gedrückter Alt-Option-Taste. Da gehe ich meistens je nach Motiv auf einen Wert zwischen 0,9 und 1,2. Mit einem kleinen Wert in den Details werden nur die langen Kanten geschärft. Als letztes der Regler maskieren, der für mich wichtigste. Hier wird eingestellt, wo im Bild geschärft wird. Bei 0 wird alles geschärft. Drückt man auch hier wieder die Taste Alt oder Option bei Mac, sieht man es noch besser. Weiß wird geschärft, schwarz maskiert und nicht geschärft. Schaltet die Bearbeitung hier oben einmal ein und aus. Ein Unterschied ist schon zu sehen. Kommen wir nun zu einem Effekt, der das Motiv betonen soll. Die Vignette. Mir persönlich gefällt der Effekt sehr gut. Daher ziehe ich den Regler etwas mehr nach links. Damit das nicht so aufgesetzt aussieht, hole ich die hellen Bildteile im Vordergrund wieder etwas zurück, indem ich den Regler für die Lichter etwas nach rechts ziehe. Im Vordergrund rechts kann man das sehr gut sehen. Das Kalibrierungsbedienfeld dient ja eigentlich zur Anpassung der Kamerafarben, eignet sich aber hervorragend, um das Bild noch etwas aufzupeppen. Die Farben werden hier anders bearbeitet als im Modul Farbtonsättigung. Da alle Farben im Bild hier aus Rot, Grün und Blau, also RGB, entstehen und Blau hier im Bild am meisten vorhanden ist, sollte die Wirkung hier am stärksten sichtbar sein. Probieren wir es aus. Ich ziehe den Sättigungsregler für Blau ganz nach rechts und die Farben leuchten nun richtig. Den Grünregler lasse ich so wie er ist. Nur etwas Sättigung für Rot, dann ist die Bearbeitung soweit fertig. In den Grundeinstellungen werde ich Belichtung vielleicht noch etwas zurücknehmen, das ist wie immer geschmacksamer. Noch ein paar kleine Anpassungen an der Helligkeit. Wichtig ist, dass das Bild einem selbst gefällt. Wenn es anderen dann auch gefällt, umso besser. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Über einen Like würde ich mich freuen.